Ich war so glücklich gerade, dass ich die da alleine gefiltert habe, weil ich so ganz kurz gesagt habe, ich war so heftig. Nein, nein, nein. Ich würde jetzt auch sagen, benutze einfach gleich die Drohne. Ich kann auch immer nicht anmachen. Ich benutze Totenstille, ja, benutze sie, benutze sie. Hopp mal, Daddy. Es wird noch einer sein. Hinter mir. Ich bin zu viele noch, pass auf. Hinter uns. Komm noch, weil sie rennen direkt hoch, rennen direkt hier hoch. Ist von vorn, ist von vorn, ja. Hab einen. Mein Gott, der ist einfach auf diesem Regal. Pass auf. Kommst du dir hoch. Ja, komm hoch. Lass sie ja kurz fahren. Ich hör ihn. Er ist hier direkt vor mir. Einer hab ich überfahren. Da sind noch zwei, mindestens. Ja, ich seh sie. Ich seh sie nicht mehr. Einer weg. Weg hier. Nice. Weiß ich wo der andere ist. Es waren Deutsche, by the way. Er meinte so, nein, 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 nein. Er so, teammate ist hier. Hier steht ne Claimor, Achtung. Ich weiß, ich hab irgendwie Hacker organisiert. Aber ist alles. Wo? Hast du dir gesagt? Irgendwas mit Hacker. Das ist so weird hier. Ach so. Hier anscheinend bei uns. Lass fahren wir hier weg. Fahren ist jetzt halt hinterher, ne? Ich muss jetzt gleich aussteigen. Und der Auto ist auch fast kaputt. Ach so, du bist nicht ausgestiegen. Ich glaub du bist ausgestiegen schon. Nein, nein. Bin ich nicht. Geh mich überfallen. Ja, okay. Ich bin tot. Cool. Egal, ich hab noch good luck. Bitte kein M60. Du hast kein M60. Du hast kein M60. Du hast auch noch ne Stunts. Ja, ich hab halt ungegern Stunts, weil ich meistens die verkacke. Deswegen, ich hab immer ein bisschen Schiss vor Stunts. Ich kann eh nur Close-Range-Files machen. Das war's wirklich. Sonst wird mild. Ich suche irgendwie uns zum Loader zu bringen. Oder, oder warte. Wir können die looten. Was war das denn? Das war's. Das war's. Äh, hä? Das Auto ist explodiert. Und dann weiß ich, das andere Auto neben mir explodiert. Willst du zu mir kommen? Ja. Okay. Ich würd Schottschneiden. Quilziehen. BAM! Ich bin tot. Äh. Also nice, nice Lobby. Aber, oh Gott. GG. GG. Ich weiß nicht, wie viele Kills haben wir. Wir haben 15. Wir haben 8. Wir sind beide von oben. Sie sind bei mir. Sie pushen mich. Oh mein Gott. Sie pushen mich. Ja, warte. Bin schon. Bin aber safe. Ja, warte. Er riecht dir zu helfen. Sie pushen mich beide. Haben mich gestunt. Ich bin gestunt. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich find so ne Geeks. Scheiße. Einer Sheetbreak. Hier. Hab einen. Hab einen. Der andere hat mich. Andere hat mich. Er pusht mich. Er holt. Finis mich. Wo ist der? Er ist ja bei mir. Darf ihn. Er ist noch oben im Fenster. Ich hab ihn angenaded. Der ist oben im Fenster. Ich halt ihn. Ich holde dich. Ich holde dich. Er ist down. Er ist down. Ich hab aber keine Nades mehr. Aber er hat self-arrived. Ja, er hat self-arrived. Oh, schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das waren viele alles für Geeks. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Das waren so ne Nerds. Das waren wirklich so ne Nerds. Mama. Warte mal. Ich bin einfach oben gewesen. Hinter mir noch welche. Sheetbreakers down. Einer. Ich hab keine Plates mehr. Er pusht mich. Hier pusht irgendeiner. Ja. Da jetzt. Neben uns. Ich mach Totenschillern. Er hat ja einen so geclustert. Als unten vor mir. Einer kommt jetzt hinter uns. Wo wir gerade eben waren. Einer ist da. Einer ist da. Einer ist da. Also bei den Kassen da irgendwo. Einer hier über uns, oder? Weiß ich nicht. Ne. Doch. Er ist hier. Ich seh ihn. Auf Front. Er ist hier. 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 Er klei. Oh ne hier. Ja. Ah! Sz Drinkgranate. Warte, ich muss nachladen. Oh, schön. Oh mein Gott, ich gucke, ne? Alle Tropfen vor deiner Tür. Alle 3 waren die bei mir. Die werden jetzt hinten vor uns sein. Oh mein Gott. Bei dem Auto. Äh, bei dem Auto sag ich schon. Am Auto. Die sind da. Ah, neben mir! Oh mein Gott, er ist einfach direkt neben dir, Chris. Du verlierst, dein Kampf ist vorbei. Ah, tot. Das ist ein anderes Team, ne? Das sind nicht die, das sind ein anderes Team. Ich hab auch gut verloren. Da kommen glaube ich welche mit. Da kommen welche mit. Da kommen welche hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Kann einem das nicht? Jetzt reicht's. Pfff, extra, extra weit. Ich box dich. Hab dich. Ich hab, ich hörte auch. Wir hatten auch beide jetzt draußen, oder? Ja, einer sahen. Ja, einer sahen. Nein. Geiß. Nein, er ist da. Oh, der schiebt was meine ich. Sort ihm aus oder catch ihn durch. Oh mein Gott, ich hatte so einen fucking Schwitzer-Fight gerade. Hier sind wir bei mir, hier sind wir bei mir, hier sind wir bei mir, so viel Darts, was hier ist. Ich kann es nicht nehmen, es backt einfach. Ist ja alleine, guck mal, ich sehe noch einen. Hat das Helferweif? Ne, hat er nicht, er läuft nach hinten, er rutscht nach hinten. Warten wir mal, jo. Die explodiert nicht mal. Wir sind so viele, das ist so krank. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte, ich guck mal in seinen Stream. Es sind einfach Leute aus seinem Chat. Loll. Da sind doch drei oder oben. Warte kurz, warte kurz, über mir. Das wäre echt egal. Nein, ich hab einen noch gedown. Nein, ich hab noch einen gedowned. Ich hab... Freigedowned. Stoner. Ja. Oh Gott, das. Ja. Alles schön. Wow. Es war eine Frau. Glaub ich. Oder ein Mäd... oder ein Junge. Ich guck mal, ob die Lowdod kaufen. Oder ob es die Gamer sind. Ich tippe halt auf, dass es die Gamer sind. Ja, ich auch. Aber da sind noch Leute, die die fighten. Die haben, glaub ich, noch nicht je getötet, die mich getötet haben. Die fighten hier vor uns. Am Truck. Wollen wir rüberlaufen? Ja. Da haben die perfekt. Noch einen Locker. Pusch da rüber. Noch in der Sheepreak. Da sind so viele. Die wollen jetzt so die Kills abgreifen, Alter. Das ist nice. Nice. Ich verhelfe jetzt mich. Ja. Aber ein Sheepreak vor dir. Es sind zwei vor dir. Ich kann nichts machen grad. Na Gott. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ja. Rechts neben dir ist auch einer. Direkt da. Irgendwo. Hab den. Dankeschön. Dankeschön. Bei mir sind auch noch welche. Vor mir. Das Sheepreak. Also ich mach alles Sheepreak. Live, Mark? Wir haben Chofi auf dem Auto. Ich seh keinen mehr. Die fahren weg. Einer getaggt auf dem Auto. Dir nicht noch einen Sheepreak? Oder? Ja, ich hatte einen Sheepreak. Ich hab das aber... Also ich weiß nicht, ob der Auto ist. So, der ist mitgefahren. Okay. Also weiß ich nicht. Ich hab mir Ghost genommen. Ja, hier sind zwei vor mir. Er hat mich, glaub ich, gesehen. Was will der? Ich hab nämlich kein Selfie. Weil er frei. Oh mein Gott. Ich bin tot. War mir close. Fave tot? Nee, nee, doch nicht. Doch nicht. Okay, doch tot, 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 tot. Ja, tot. Geht er weg. Oh mein Gott. Das war ein bisschen unlucky. Die pushen. Er ist schon auf dem Zug drauf. Schade. Land bei dir auf dem Dach. Ja. Just two. Okay, ich land doch nicht auf dem Dach. Wollte nur gucken. Wollte nur gucken. Ist alles gut. Kannst runter. Ja. Okay, danke. Ich bin jetzt unten. Okay, du zu da mal. Ich guck mal hier noch. Ich hab ein Reinkir mitgenommen. Kommst du einen mitnehmen? Ja, ich hab einen bekommen, ja. Okay. Die sind alle da hinten bei Bank. Ja. Ja. Let's go there. Werden schon angeschossen. Wie du schon mal. Die haben auch Bounty auf dich. Pass auf. Oh, fuck. Oh, die wurden. Hä? Einer down. Was? Im Police Sound. Krieg er mich nicht vernichten. Geh weg, geh weg da, wenn du kannst. Okay, ist eh tot, aber... Naja, ich geh weg. Nee, scheiß drauf. Die sind nicht schlecht. Gehen wir auf. Renn du mal nach, renn du mal nach. Nimm den Chuck. Ich kann nicht. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich muss die drücken hier unten mal. Ich fliege weg. Ich muss die kurz pläten. Fahr dann hier weg, dann... Dann kann ich die töten. Fahr einfach nach rechts weg. Da hab ich gerade den Kill geklaut. Egal. Alter. Hier oben sind welche. Äh... Keine. Wo? Oh mein Gott. Die Lobby ist voll leckig. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich bin tot. Oh mein Gott, überhaupt nicht. Was? Warte, ich komm gerade bis zu weit weg. Nee, alles gut. Lass mich... Alles, alles gut. Ich hab einfach einen gefinished für mich. Nice. Die Blüfe, versuch zu dir zu kommen. Alles gut. Ich hab noch einen. Du kapp' ich, guys. Warte kurz, warte kurz. Einer... Einer ist über mich. Ich hab keine Plates mehr. Nein, ein Shield Break! Nein! Nein, ein Shield Break! Oh, Junge. Das war... Ah, das war nicht mal der Letzte. Das ist dann... Oh, ich ist dann geworfen. Wie dumm. Ich muss kurz überleben. Alles gut. Warte kurz. Nice. Wir haben gewonnen. Ja. Nice. Okay, ich nehm noch den Gulag links mit. Jetzt. Ne. Oh, ich seh' nicht. Ist nach links gelaufen, wird. Ich weiß. Ist du bei mir? Warte kurz. GGs, guys. Thanks for the game. Also wir hatten zusammen 10 Kills, meine ich. Wir hatten beide 5. Aha. Ich hatte so glücklich gerade, dass ich die da alleine gefiltert hab, weil ich so ganz was gesagt hab. Ich war so happy. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Pass uns wieder zurück. Da sind auch noch welche. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Das ist geil. Das sind glaube ich welche auch. Ja. Okay. Okay. Die sind ausgestiegen. Ja, natürlich. Jetzt dreht's ja auf uns. Sollte eigentlich selbst sein. Wo denn? Die sind einfach überall ausgestiegen. An der Brücke und so. Keine Ahnung. Ich würde geairstriken. Hier ist einer vor mir. Hier landet einer bei mir. Ne, ne, warte mal kurz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ne, ist wirklich nicht gut gerade. Sind mehrere bei mir. Einer ist glaube ich auf meinem Dach. Einer ist da ganz oben. Was ist das denn? Ich kann dir da nicht helfen. Ja, alles gut. Alles gut. Ich brauche keine Platten mehr. Versuch du einfach zu überleben. Alter, wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so ekelhaft. Was? Ich weiß auch nicht wo die da sind. Ich weiß auch nicht wo die da sind. Stoner. Warte kurz, warte kurz. Was? Sorry, sorry, sorry. Was? Ja okay, okay. Ich dachte erst noch, lege es good job. Hä? Wo ist der hin? Don't make it up. Äh, da sind überall Leute. Bei Police, im Feuerbestrum, bei Krüle. Ja, da waren noch welche eben die ganze Zeit. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss. Ja, es ist wirklich vorbei. Es ist vorbei. Ja. Ach, schade. Machst du nix. Ach man, er ist einfach immer noch da. Ich hasse manche Menschen. Ah, was die da auch wieder alle gemacht haben. Ich wurde, ich wurde im Kopf gesniped von 300 Meter. Sollen wir euch reinkaufen? Wollt ihr noch weiter spielen oder? Nee, ich nicht. Nee, nee. Also ich geh auf. Aber GG. Viel Spaß noch. Viel Glück Jungs und Mädels. Ciao. Hm. Wieso kann ich einmal Glück haben? Egal, war trotzdem gut. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie gar keine Kills irgendwie. Ich wusste, ich habe keine Gegner gesehen. Und wenn ich Gegner gesehen habe, waren die mich gezogen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich gerade gestorben bin. Ich will kaum hin, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Abspann aus der Nacht. Hey, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal gar nicht mehr. Und ich wusste gar nicht mehr. Ich hab mich über jeden Fall gehalten. Vielen Dank.